So, erst einmal ein paar wichtige Sachen. Also dieser Charles Krüger hat vor kurzem auf Facebook zugegeben, dass er kein Kapitalist ist. Darüber werde ich wahrscheinlich noch selber noch eine Reihe machen und... Es ist wirklich komisch, der Karrie gibt es zu und wahrscheinlich... Ich schaue mir seinen Kanal nicht so genau an. Und angeblich hat er ja auch selber gesagt, er schaut sich meine Videos nicht richtig an. Also warum soll ich mir jetzt noch die anderen Videos, die er jetzt noch macht, anschauen? Ich habe mir schon genug angeschaut und widerlegt. Er hat es zugegeben und macht trotzdem seinen Idiotenkanal weiter. Er hat sich jedenfalls zugegeben und ich werde wahrscheinlich noch ein paar Videos extra darüber machen, weil das verdient wirklich, dass man da etwas genauer darüber redet. Aber das ist ein anderes Mal. Auf jeden Fall, das Zweite ist, ich habe noch ein Video gemacht über MD Geist, den zweiten Teil, MD Geist Death Force. Leider hat YouTube das nicht zugelassen, dass das Zeug auch hochgeladen wird. Wahrscheinlich Copyright. Wobei ich das auch wieder nicht verstehen kann, weil Copyright, erstens einmal kein Mensch kennt den Film mehr, der ist schon uralt. Und dass ich darüber rede, ist dann wohl eher Werbung für die Firma, die die Kontrolle über die Rechte hat. Und das Zweite ist, meistens machen sowas Firmen ohnehin nur, weil sie sowas sehen, um die Meinungen von YouTube-Usern zu zensieren, weil es ihnen nicht passt, dass YouTube-User sagen, dass ihr Werk schlecht ist. Mein Video sagt ja, dass das Werk gut ist und eigentlich ein Meisterwerk, aber mein Gott, die genießen auch das. Und andere Leute selber auch noch Reviewen darüber machen und wesentlich mehr Material benutzen als ich. Jedenfalls habe ich das auf Vimeo hochgeladen und mir einen Vimeo-Account besorgt. Der Account hat genau den gleichen Namen. Ich werde versuchen, euch den Link in die Beschreibung zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich kenne mich nicht so gut aus mit dem, was YouTube kann und was nicht, aber ich werde es probieren. Ja, aber darüber wollte ich jetzt nicht reden, das habe ich jetzt nur kurz erwähnt. Schaut euch das Video bitte an, klickt mich, gebt mir ein Like und abonniert mich. Abonniert bitte beide Kanäle auf beiden Videoplattformen, ja? Bitte! So, was jetzt, was sollte ich sagen? Ach ja. In dem Video will ich ja erklären, was freie Marktwirtschaft eigentlich sein sollte und was sie laut solchen Pseudokapitalisten wie Charles Krüger und leider laut der gesamten, laut der Meinung von fast allen linken und rechten Persönlichkeiten auf der Welt leider, was sie laut denen ist. Also da gehe ich lieber unter den Unterschied zwischen dem, was Kapitalismus wirklich ist und was er sei und was sich die Mehrheit so denkt, was er ist. Den möchte ich gerne an einem Beispiel erklären. Es gibt hunderte Beispiele, aber das Beispiel, das ich machen will, ist das einfachste und simpelste und am einfachsten zu begreifende. Deshalb nehme ich es. Was ist die Turbinensteuer? Turbinensteuer, was ist das? Also fangen wir mal, wir müssen da etwas zurückgehen zeitlich. 1929, große Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, schwarzer, ich glaube schwarzer Freitag. Vielleicht war es ein anderer Wochentag. Jedenfalls, was man da gemacht hat, diese Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass man in den USA eine Finanztransaktionssteuer eingeführt hat. Eine Finanztransaktionssteuer. Also man hat im Prinzip dafür gesorgt, dass wer auf einer Börse investieren will, der muss einen Teil des Investmentkapitals, das er da reinstecken will, als Steuer zahlen. Das hat die Idee darin war, dass dann Leute weniger investieren. Wenn Leute weniger hineinstecken, dann steigen Aktien langsamer und das wiederum verringert die Gefahr, dass ein Mensch auf die Idee kommt zu sagen, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann steigt die Aktie ganz schnell nach oben und ich kann sie innerhalb weniger Tage mit einem hohen Gewinn wieder verkaufen. Also im Prinzip, das verhindert die Gefahr, dass genau das passiert, was eben zur großen Krise geführt hat, nämlich, dass Leute am Ende Aktien nur noch kaufen, weil sie hoffen, sie schnell wieder zu verkaufen. Dass dann der Erste das macht, dann von seinem Erfolg erzählt, die anderen machen das dann genauso, die Aktie wird immer teurer und teurer, weil immer mehr Leute die Aktie haben wollen. Irgendwann ist niemand mehr da, der die Aktie kaufen will, weil es sind schon noch Leute da, aber keiner kann sich mehr die Aktie leisten. Irgendwann hat einer die Schnauze voll, verkauft das Zeug, es wird weniger wert und die Leute haben plötzlich riesige Angst, verkaufen das Zeug und die Aktie verliert einen Wert und sinkt in den Boden. Was an sich, man hat versucht zu verhindern mit dieser Steuer, dass der reale Wert sich vom Spekulationswert zu sehr abgrenzt. Realer Wert, wie erkläre ich das? Also der eigentliche Sinn einer Aktie ist ja, dass einmal ein Teil eines Unternehmens gehört und man an der Gewinnbeteiligung verdient. Das ist die Dividende. Die Dividende interessiert aber durch Spekulationen kein mehr. Man interessiert sich nur dafür, dass man die Aktie schnell kauft und dann wieder schnell zu einem höheren Preis verkauft, anstatt die Dividende zu kassieren. Die interessiert einen dann plötzlich nicht mehr. Und das ist ziemlich deppert und das will man verhindern mit der Finanztraktionssteuer. Was irgendwie auch berechtigt ist, denn stellen wir uns bitte einmal vor, eine Aktie ist so gemacht, dass, sagen wir mal, sie gibt eine Dividende von, sagen wir, 50 Euro aus und durch Spekulationen steigt diese Aktie dann auf 1000 Euro. Wie genau kann man es bitte rechtfertigen, dass eine Aktie, die 50 Euro im Jahr ausspuckt, 1000 Euro kostet. Das kann wirklich nicht sein. Also mit anderen Worten, es hat schon seine Gründe, dass man irgendwie versucht, Spekulationen zumindest einzuschränken. Ganz abschaffen ist auch eine Schnapsidee, aber einschränken. Natürlich haben das schon damals die rechten, konservativen, wirtschaftsliberalen bekämpft und gesagt, das darf man nicht machen, mit einem Argument, das auch teilweise stimmt, nämlich mit so einer Steuer verhindert man, dass investiert wird, die Investitionen wiederum dazu führen, dass neue Unternehmen gegründet werden, die wiederum neue Sachen produzieren und das Wirtschaftswachstum antreiben und auch neue Stellen schaffen, also es verringern die, die schaffen neue Arbeitsplätze. Es führt dazu, dass das Wirtschaftswachstum gebremst wird, die Arbeitsplätze, das Schaffen von Arbeitsplätzen gebremst wird und so weiter. Ja, diese beiden Argumente stehen bis heute im Widerspruch gegeneinander, kämpfen gegeneinander, was eigentlich nicht sein müsste. Dazu müssen wir gleich einmal sagen, es ist beides grundsätzlich richtig. Einerseits führen Investitionen und teilweise auch Spekulationen dazu, dass neue Arbeitsplätze entstehen, neue Sachen produziert werden, dass die Wirtschaft wächst und so weiter. Andererseits führt das aber eben auch dazu, dass überspekuliert wird, Blasen entstehen und Krisen entstehen. Diese beiden Tatsachen sind beide richtig. Es ist nun mal so, dass Aktienspekulationen eben sowohl positive als auch negative Wirkungen hat. So, damit, das ist jetzt Fakt, es gibt nun mal, es ist, das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, dass etwas sowohl positive als auch negative Wirkungen haben kann. Es gibt nicht, es gibt keine Wirkung ohne Gegenwirkung, so heißt es doch. So, jetzt ist, hat man dieses System aber eine Welle behalten. Die Linken haben sich durchgesetzt, was eigentlich damals auch richtig vernünftig war, denn so sehr das Wirtschaftswachstum auch bremst, es ist immer noch besser, als es kommt zu einer neuen Depression, die es ja damals gab. Besser ein langsameres Wirtschaftswachstum als ein riesiger Einbruch. Das war damals das Argument und von damaligem Standpunkt her war das auch vernünftig. Jetzt ist aber Folgendes passiert. In den 60er, 70er Jahren ist ein Wirtschaftswissenschaftler gekommen, den man nach damaligen vernünftigen Maßstäben als konservativ, als wirtschaftsliberal bezeichnet hätte. Nach damaligen Maßstäben als konservativ und wirtschaftsliberal vielleicht noch einen Sinn gemacht hat und als das noch eine halbwegs gute Sache war. Nach heutigen Maßstäben wäre der Kerl fast schon stahl. Zumindest in den Augen gewisser sogenannten konservativen, wirtschaftsliberal, sogenannten Kapitalisten und in den Augen von Charles Krüger zum Beispiel. Dieser Kerl hieß Tobin. Nach ihm ist das Prinzip der Tobinsteuer erfunden worden. Wer ist Tobin? Was ist die Tobinsteuer? Die Tobinsteuer ist Folgendes. Herr Tobin hat damals in den 60er, 70er Jahren gesagt, es stimmt ungefähr beides bei den Finanztransaktionen. Einerseits behindert so eine Steuer sehr wohl, das schaffen neue Arbeitsplätze. Zumindest verlangsamt es das, schränkt es ein und schränkt natürlich auch die Produktion neuer Güter ein. Andererseits sorgt es aber auch dafür, dass es nicht zu einer Spekulationsblase und zu einer Krise kommt. Dass diese Wirkung auch eingetreten ist, dass diese Transaktionssteuer die Krisen verhindert hat, das kann man allein schon daran erkennen, dass es bis zu ihrer Abschaffung in den 80er Jahren keine Krise gegeben hat. Und das, obwohl es wirtschaftliche Probleme in den 70er Jahren gegeben hat. Kaum hat man das abgeschafft, kam schon in den 80er Jahren der erste Crash. Und dann bitte ein paar Mal darüber nachdenken, wie viele Abstürze in den Aktien es in den Vergangenheiten gegeben hat. Allein schon der 11. September, kurz nachdem das passiert ist, da gab es einen riesen Aktiencrash. Also man stelle sich mal vor, in den 70er Jahren, als dieses Attentat auf die Olympiaspiele begangen wurde, da war nichts. Und das auch mit gutem Grund. Damals hat man nämlich gesagt, was hat das Attentat jetzt mit Aktien zu tun? Ist es jetzt so, dass ich jetzt plötzlich nichts mehr kaufe und ein Unternehmen, von dem ich Aktien habe, keinen Gewinn mehr macht, weil irgendwelche Olympiaspiele gekidnimmt oder gefesselt oder umgebracht worden sind? Das ist tragisch, aber es hat nichts mit Aktien zu tun. Heutzutage ist das was ganz anderes. Heutzutage muss man vor jeder schlechten Nachricht furchtbare Angst haben, dass das den Aktien irgendwas schadet und auch allen anderen Wertpapieren. Jedenfalls in den 60er, 70er Jahren kam Tobin, hat gesagt, es stimmt beides. Aber muss es denn so sein? Kann man nicht diese beiden Arten von, kann es nicht sein, dass es zwei Arten von Investitionen in Aktien gibt. Die eine ist eine realwirtschaftliche Investition, also eine Investition, die wirklich nur den Sinn hat, dass man ein Unternehmen aufbauen kann, dass man, also die eine Investition, die darin besteht, jemand hat eine Idee, wie er ein Unternehmen aufbauen kann und jemand anderer findet diese Idee gut und möchte davon profitieren, investiert in das Ganze und hofft, dass das Unternehmen Gewinn abwirft und versucht, von den Dividenden zu profitieren. Hofft natürlich, dass das Unternehmen schön wächst, damit die Dividenden früher oder später auch größer werden. Und diese Art von Investitionen führt natürlich zu Arbeitsplätzen und zu Wachstum und so weiter. Und dann gibt es noch die andere Investitionsform, nämlich die, bei der man nur noch daran denkt, dass die Aktie möglichst schnell steigt und dass man sie dann mit Gewinn verkaufen kann, was wiederum dazu führt, dass die Aktie eben kurzfristig wirklich steigt, weil sie viele Leute kaufen, bis sie dann irgendwann wieder fällt und dann viele Leute ihr Geld verlieren. Kann man diese beiden Arten von Investitionen nicht trennen? Hat er festgestellt, dass es geht. Der Kerl hat gerechnet, gerechnet, gerechnet. Hat er ein paar Formeln entwickelt, festgestellt, es gibt mathematische Methoden, um festzustellen, welche Art von Investition gut ist und welche nicht. Und zwar ist das letzten Endes so, dass man sogenannte Preisgrenzen festsetzt. Es ist so, nehmen wir an, eine Aktie kostet 5 Euro, dann gibt es eine Grenze über diesen 5 Euro und eine Grenze unter den 5 Euro. Sagen wir, die Grenze da drüber ist 8 Euro, die Grenze da drunter ist 3 Euro. Solange sich die Aktie innerhalb dieser 3 bis 8 Euro bewegt, sind alle Investitionen innerhalb dieser Grenze Investitionen, die dazu führen, dass mehr Wachstum entsteht, dass mehr Arbeitsplätze entstehen etc. Sobald die Aktie aber über 8 Euro steigt oder unter 2 oder unter 3 Euro fällt, ist es Spekulation. Diese Grenzen sind natürlich nicht wirkürlich festgesetzt, die rechnet man aus. Und man muss dazu natürlich auch sagen, diese Grenzen verschieben sich schrittweise auch. Weil die Aktie steigt ja schrittweise auch von 5 Euro auf sagen wir 6 Euro. Und wenn sie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, also nicht zu schnell, von 5 auf 6 Euro steigt, dann steigen natürlich auch die Grenzwerte nach oben. Also die Aktie steigt auf 6 Euro, schrittweise natürlich. Dann steigt schrittweise eben auch der Grenzwert von oben von 8 Euro auf 9 Euro. Und dann ist es in Ordnung, wenn die Aktie zwischen 6 und 9 Euro steigt. Und gleichzeitig steigt auch der untere Grenzwert von 3 Euro auf 4 Euro. Dann kann die Aktie wiederum zwischen 4 und 9 Euro hin und her pendeln, ohne dass dadurch eine Spekulationsblase entsteht. Geht sie aber über diese Grenzwerte hinaus, entsteht eine Blase. So ist das ausgerechnet. Und dann hat er gesagt, warum machen wir es nicht einfach so? Sobald die Aktie in ihrem Wert über oder unter diese Werte fällt, wird eine Steuer fällig. Alle Investitionen, die nur dazu führen, dass sie sich innerhalb dieser Werte befindet, gehen steuerfrei aus. Warum machen wir es nicht so? Das war seine Idee. Also er wollte die Finanztransaktionssteuer modifizieren, modernisieren, verbessern, reformieren. Er wollte sie nicht abschaffen. Das verstehe ich unter liberale Wirtschaftspolitik. Liberale Wirtschaftspolitik. Eine effizientere Machung von notwendigen Regulierungen. Effizienter. Ja, was hat man da gemacht? Die Turbinensteuer ist nicht eingeführt worden. Zumindest erst einmal nicht. In den 80er Jahren hat stattdessen eine Gruppe Wahnsinniger das Prinzip des Konservatismus übernommen. In den 80er Jahren kam vor allem ein Mann namens Ronald Reagan in den USA an die Macht. Hat die Finanztransaktionssteuer total abgeschafft. Mit anderen Worten, er hat das Kind mit dem Bade ausgeschickt. Noch zu seiner Regierungszeit gab es 1986 einen riesen Wirtschaftseinbruch, einen Kurscrash, den ersten seit 1929. Es gab auch eine Wirtschaftskrise unter seiner Zeit. Trotzdem haben die Konservativen seiner Zeit bisher das Ganze als wirtschaftliches, goldenes Zeitalter bezeichnet. Er nannten das Reaganomics. Bis heute glauben viele Leute in den USA, das sei ein goldenes Zeitalter der Wirtschaft gewesen. In Wirklichkeit fing seine Regierungszeit mit einer Krise an und besserte sich erst in der zweiten Amtszeit leicht. In Deutschland kam ein Mann namens Helmut Kohl an die Macht. Von diesem Helmut Kohl muss man sagen, er hat im Prinzip fast nichts gemacht. Er hat einfach im Prinzip nur das weitergeführt, was seine Vorgänger gemacht haben. Mit zwei kleinen Ausnahmen. Einige davon waren nicht so schlecht, einige davon waren allerdings schlecht. Er hat eben auch die Finanztransaktionssteuer abgeschafft. Er hat noch zwei, drei kleine Reformen gemacht. Einige davon waren nicht so übel, aber im Prinzip hat er die ganzen 16 Jahre eigentlich nichts getan. Deshalb sagt man in Deutschland auch die verlorenen Jahre, die verlorene Dekade, weil er 16 Jahre fast gar nichts getan hat. Kaum was zum Besseren, kaum was zum Schlechteren. Ein paar Verbesserungen, ein paar Verschlechterungen. Ja, ich will hier grundsätzlich sagen, man sollte nicht alle Konservativen aus den 80ern über einen Kamm scheren. Zumindest von Margaret Thatcher möchte ich sagen, das meiste, was sie gemacht hat, war gut. Wobei die Wasserprivatisierung, das hätte sie nicht machen sollen. Die hat eh schon sehr blöd gedacht. Sie könnte ein privates Wassersystem durch staatliche Regulierung kontrollieren. Sie hat ja ein Kontrollamt eingeführt, um sicherzustellen, dass Wasserprivatisierung nicht zu einer Monopolwirtschaft führt. Hat nicht funktioniert, war ja klar. Der Staat kann Wasserprivatisierung nicht kontrollieren, nicht einmal mit strenger Regulierung. Das geht nicht, das ist technisch nicht machbar. Hätte sie eigentlich wissen müssen. Naja, aber auf jeden Fall in den 80er Jahren haben ein Haufen Verrückte den Begriff konservativ und auch den Begriff wirtschaftsliberal übernommen. Und dann letzten Endes solche vernünftigen Leute wie auch Turbinen ins Abseits gedrängt. Und letzten Endes auch vernünftige Wirtschaftsexperten, vernünftige Wirtschaftswissenschaftler in die linke Ecke gedrängt. Mal ein einfaches Beispiel. Turbinen hat diese Turbinen vorgeschlagen. Dann haben sich einige Leute zusammengetan und gesagt, das ist eine gute Idee, das hätten wir gerne, das wollen wir haben. Die haben sich zu einer schönen Gruppe zusammengeschlossen, die ist heute riesengroß, die nennt sich Attac. Ja, diese Gruppe Attac hat einen Haufen Wirtschaftswissenschaftler unter sich, wird trotzdem in den Medien immer als linke Spinner dargestellt. Sie haben auch andere Forderungen übernommen. Aber die Turbinensteuer ist jetzt immer noch ihre Hauptforderung. Am Ende hat sich sogar Herr Turbin selber von denen distanziert. Die Typen werden als linke Spinner dargestellt, als Verrückter, als Rowdies. Und wenn andere Linke kommen, die wirklich was Verrücktes machen, die wirklich gewalttätig werden, werden die mit Attac in einen Topf gestellt. Und daran sieht man, es gibt einen enormen Unterschied zwischen dem, was eigentlich konservativ oder wirtschaftsliberal sein sollte und dem, was es eben angeblich heute ist. Es gibt noch andere Beispiele. Vielleicht grundsätzlich, dass man überhaupt solche Leute als linke bezeichnet, ist schon eine Schweinerei. Bis heute behaupten auch noch alle Leute, dass die Turbinensteuer, bis heute lehnen die Wirtschaftsliberalen die Turbinensteuer auch noch als wirtschaftsähnlich ab, was absoluter Quatsch ist. Die Turbinensteuer gehört zur Untergruppe der Pigot-Steuern. Was Pigot-Steuern genau sind, will ich jetzt nicht erklären, aber Pigot-Steuern gehören laut sämtlicher seriöser Wirtschaftswissenschaftlern zu den einzigen Steuern, die wirklich nur positive Wirkungen auf die Wirtschaft haben. Bei allen anderen muss man abwägen, positiv, negativ, aber bei Pigot-Steuern sind sie alle positiv. Grundsätzlich. Aber das wollen unsere sogenannten Wirtschaftsexperten auch nicht alle auch nicht sehen, wollen sie nicht hören. Das ist verrückt. Die Pigot-Steuern gelten sogar als eines der wichtigsten Universalwerkzeuge gegen Probleme, die der Markt aufwirft, die von liberalen Wirtschaftswissenschaftlern vorgeschlagen werden. Und jedenfalls Fakt ist, mittlerweile haben sich in der EU einige Länder dazu durchgerungen, die Pigot-Steuer, die Turbinensteuer einzuführen. Aber EU-weit blockieren immer noch verschiedene Länder, vor allem Britannien, was es sehr schön macht, dass Britannien jetzt verschwunden ist aus der EU oder zumindest dafür gestimmt hat. Ich persönlich hoffe, dass Britannien erst einmal aus der EU rausgeht, damit wir endlich das wichtigste Land, das dagegen stimmt, draußen haben und dass Britannien durch Wirtschaftsaktionen dann geschwächt wird, mehr oder weniger zurückgekrochen werden, zurückkriechen muss und dann gezwungen werden kann, die Pigot-Steuer, die Turbinensteuer einzuführen. Damit wir endlich einen Schritt hin zu einem vernünftigen Finanzsystem haben. Jedenfalls bis heute kämpfen haufenweise verrückte sogenannte Wirtschaftsliberale gegen diese gute Idee. Und das Jahrzehnt, eigentlich hat es 50, 60 Jahre gedauert, bis diese Idee endlich realwirtschaftlich diskutiert wurde. Und die Leute, die so etwas fordern, gelten immer noch als Linke und als linke Spinner. Und nicht als Rechte oder zumindest als Leute der Mitte. Also das ist wirklich ein riesiger Skandal. Und hier kann man genau sehen, dass die sogenannten Wirtschaftsliberalen sich eindeutig endgültig von der Idee des freien Marktes verabschiedet haben. Das sind nur noch, man kann nur noch sagen, die haben einfach die Ideen der freien Marktwirtschaft genommen, haben einfach das rausgestrichen aus den Büchern, die darüber geschrieben wurden, was ihnen nicht passt. Und das, was sie drin gelassen haben, haben sie nach eigenem Gutdünken umgedeutet, also falsch interpretiert, absichtlich, teilweise unabsichtlich. Ein beliebtes Beispiel ist die unsichtbare Hand, aber darüber will ich jetzt nicht zu sehr eingehen. Auf jeden Fall, jetzt habe ich genug, jetzt habe ich alles erklärt und ja, das...